Willkommen zurück zu Lucky Pharao. Wir spielen auf einem Euro-Einsatz. Los geht's! An alle, die neu sind, hi zusammen. Vergesst bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, bitte. Und den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Lucky Pharao-Videos. Wir starten erst mal mit einem Euro-Einsatz. Danach gehen wir bestimmt auch noch mal ein bisschen Höhe auf 2 Euro. Aber mal sehen. Wir gucken erst mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Mein Lieblingsspiel darf mich nicht enttäuschen heute. Ich bin gespannt, ob wir viele Power Spins sehen werden. Mal sehen. Okay, wir starten mit einem Power Spins. Ja gut, den hätten wir uns auch schenken können wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Nicht schlecht. Schade, dass der eine fehlt, um den Block voll zu machen, aber gut. Ich will mich nicht beschweren. 20 Power Spins. Hey, das sieht doch mal richtig gut. Jetzt muss aber ein bisschen was dabei rumkommen. Wir haben viel Zeit bei 20 Power Spins. Ordentlich gewinnen, eins zu sammeln. Ich bin gespannt. Okay, die Hälfte der Power Spins hatten wir jetzt schon. Jetzt kann noch mal ein bisschen mehr kommen eigentlich. Jetzt könnte er die Diamanten geben. Rubine wären auch schön gewesen, aber ja, es ist das A geworden. Nicht ganz so gut leider. Okay, fast wieder die 20 Power Spins, aber wir sind noch gut dabei eigentlich. Bitte sehr. Vielen Dank. Da kam jetzt aber ganz schön lange nichts mehr. Wenigstens 25 Euro. Der letzte Power Spin. Schade. Wir sind unter die 10 gefallen leider. Okay, eigentlich Potenzial was Gutes zu verwandeln. Aber er gibt uns noch ein paar Buchstaben leider. Schade. Da war mehr dran auf jeden Fall. Ja, wieder mal. Hätte er wenigstens A oder K gegeben und hätten wir 5 auf eine Linie. Ne, 4 auf eine Linie gab. Wenigstens. Ist jetzt nicht die Welt, aber immer ein bisschen was. Mehr als nur mit den J's. Ach, boah, es bin's. Ja. 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 Das ist leider wirklich wenig. 4 Power Spins. Schade. Ob wir jetzt wohl den Einsatz mal erhöhen sollten? Ja, vielleicht gleich, wenn wir bei 260 sind. Nur noch ein paar Umdrehungen. Okay, die letzte. Ne. Schade. 1,50. Denk ich mal, machen wir jetzt mal. Ansonsten gehen wir gleich mal auf die 2 Euro. Auch hier starten wir wieder mit einem Power Spins. Ganz sanft. Testen wir erstmal den Einsatz erstmal. Okay, hat jetzt noch nicht so viel gebracht, aber das muss ja nichts heißen. Bis kurz. Also genau. Schade. Drei Power Spins... Ein Power Spins. Ok. Okay, weiter geht's. Fünf Paus wird's, okay. Das war leider sehr, sehr wenig, nur ein Paus bin, der wohl was retten kann, das ist schade. Dann stellen wir doch gleich mal auf 2 Euro, alles oder nichts, würde ich sagen. Okay. 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 Mal sehen. Vielleicht bringt uns dieser Einsatz mehr Glück. 4 Power Spins, okay. Ich würde gerne mal etwas zweistelliges sehen. 10 Power Spins wären schon ganz schön. Na gut, wir steigern uns langsam aber sicher dafür. Schade nur, dass man nicht unendlich viele Paus bin's hintereinander in den Runden machen kann. Und irgendwann bucht er es ja einfach rüber, leider. Ey, na endlich, über 10. Wir sind bei 13 Power Spins. Das kann ja nur gut sein. Und dann geht's. Und dann geht's. Guck, 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 guck. Wir sind schon bei über 100 Euro Gewinn und haben noch sechs Postpins übrig. Mal sehen. Vielleicht knacken wir ja mit ganz viel Glück auf die 200 Euro Gewinn. Ey, 4 AGs haben wir dazu gewonnen? Nicht schlecht. Das heißt, wir wären ja eigentlich schon bei 180 Euro. Schade, dass er da nicht auch die Ruine gegeben hat. 20 Postpins. Hey, richtig gut. Das freut mich doch. Ich glaube, der Automat hat sich langsam warm gespielt. Und wieder. Schade, dass da die Diamanten dazwischen sind. Das würde ich sagen, ist doch mal ein guter Abend. Oder ein guter Gewinn. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.